Jo Leute, was geht? Ich bin Köln, sind auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir eine Challenge machen, nämlich wir werden die Random Skin Challenge machen. Das letzte Random Skin Challenge Video hat euch so gefallen, über fast 2000 Ausrufe, glaube ich, und fast 100 Likes, Freunde. Sehr, sehr nice. Deswegen, an jeden, der nicht weiß, wie diese Challenge funktioniert, kurz und knackig erklärt, werden wir hier einen ungewöhnlichen Skin bekommen. Nur grüne Waffen, wenn wir hier einen seltenen Skin bekommen, nur blaue Waffen, einen epischen Skin, nur lila Waffen, einen legendären Skin, nur goldene Waffen, einen roten Skin, dann dürfen wir nur mythische Waffen einsammeln. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was machen wir mit den allen anderen Varianten? Mit den allen anderen Varianten dürfen wir nur legendäre Waffen einsammeln, also die zählen auch zu den goldenen Skins mit. Wir drücken gleich auf, ähm, wir drücken gleich hier auf Random, also auf Zufall und wir werden Hype sein. Ich hoffe nicht, so ein schwerer Skin. Let's go! So, Freunde, wir sind gerade Ladebildschirm und ich bin mega Hype, welchen Skin wir bekommen. Bitte grün oder blau. Let's go, Farmbomber! Farmbomber ist ein seltener Skin, das heißt nur blaue Waffen, natürlich Healing und, und, und. Und diese Kleinigkeiten dürfen wir einsammeln, Granaten dürfen wir nicht einsammeln. Ja, blaue Waffen, sehr, sehr nice. Wir springen jetzt erstmal sofort raus und wir suchen jetzt sofort blaue Waffen, weil manchmal ist die Challenge schwer. Ja, und manchmal findet man blaue, ich meine, manchmal findet man blaue, blaue Waffen oft, manchmal nicht. Freunde, ich habe keine Ahnung, ich glaube aber, ich bin ein bisschen erkältet, glaube ich. Blaue Waffen, blaue Waffen. Ne, da ist nichts. Ne Truhe, ne Truhe, ne Truhe. Okay, bitte. Nein! Wir haben nichts bekommen. Leider, leider, leider. Okay, Leute, komm Epic Games! Nein! Wieder nichts, aber natürlich Verbände nehmen wir mit. Minis nehmen wir auch mit. Nichts Schlimmes. Flopper nehmen wir auch mit. Bruder, wir können Heal aufmachen. Jetzt sind wir erstmal sofort full, dann holen wir uns gleich hier den normalen Flopper ab. Äh, ja. Und dann suchen wir blaue Waffen. Hier sind, glaube ich, Gegner. Safe. Hier ist nichts. Munition nehmen wir mit. Oh nein, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Das ist Gegner. Granaten dürfen wir nicht einsammeln. Zum Glück dürfen wir in die Autos einsteigen. Aber das mache ich jetzt nicht. Weil wir blaue Waffen brauchen. Ich gehe mal in die zweite Hälfte. Da finde ich safe blaue Waffen. Hier gibt es nur grüne Waffen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein wird. Komm. Fortnite, bitte. Aber wieder nichts. Wir haben nur Healing. Komisch, 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 Freunde. Da liegt noch eine Truhe. Da ist Random Automat. Kommt ihr holen uns da mal was ab? Vielleicht. Nein. Ey, das ist so schade, Freunde. Aber okay. Wir gehen mal zum Random Automat. Weil Random Automat dürfen wir benutzen. Bitte. Verbände, okay. Let's go. Was? Das kannst du keinem erzählen. Wir haben die blaue Augezogen. Hat das vielleicht noch verschrieben? Nein. Ist nein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Dion. Ist sehr wichtig. Der Automat. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ganz okay. Wenn ich ehrlich bin. Können wir machen so. Okay, Freunde. Wir haben eine blaue Auge. Ich möchte nichts mehr aus dem Automaten ziehen. Weil sie, äh... Da verschwende ich mein Gold und so. Freunde, wir checken mal diesen Haus ab. Vielleicht gibt's da was. Leute, ich hab grad gecheckt, dass wir auch noch, äh, Kills machen müssen. Ganz vergessen. Hier kommt noch, äh, Spiele. Bitte, komm nicht nah, komm. Komm nicht so nah. Den haben wir erledigt. Den haben wir erledigt, Freunde. Nur der hatte auch keine blauen Waffen dabei. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Wir müssen schnell, 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 schnell noch, ähm, ne blaue Waffe suchen. Am besten Pump oder Striker. Ich fahr mal nach dem Delia-Buddle. Freunde, das sind Schüsse. Wir müssen schnell zu den Schüssen. Weil wir brauchen die Kills. Der hat gute Hits bekommen. Oh mein Gott. Der ist gar nicht schlecht. Der ist echt gut, hätte ich gedacht. Nein, bitte nicht. Mach kein Auge, Bruder. Mach kein Auge, bitte nicht, bitte nicht. Ich seh den irgendwie nicht. Also Nahkampf wäre auch sehr lost, wenn wir da hingehen. Kommt. Wir versuchen es. Zumindest. In Nahkampf zu gehen. Vielleicht hat er doch eine blaue Waffe dabei. Der hat nett kassiert. Hä, wo ist der? Lol. Was machst denn du da? Okay. Der hat was dabei, der hat was dabei. Ich seh es doch. Let's go. Ist zwar keine Pump oder so, aber... Ich hätte sogar gesagt, eine Schnellschusswaffe. Ich kann echt schnell schießen. Und ich komm mit der sehr gut klar im Nahkampf und auch im Beinkampf. Zwei Kills ist immer noch nicht so viel. Brauchen immer noch mehr. Geht mal, geht mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist, aber... Der ist... Doch, doch, doch. Der ist hier. Was machst denn du hier? Let's go. Der hat eine Heavy dabei. Die nehmen wir auch mit. Schmackhaft. Okay, Freunde. Bis jetzt sieht das Ganze nicht schlecht aus. Wir können wirklich die 10 Kills schaffen und in die Top 10 kommen. Sieht echt gut aus, hätte ich gesagt. Natürlich, Striker wäre jetzt P-Affekt wirklich sehr gut. Wäre jetzt ein Striker. Was sehe ich denn da? Können wir nicht mitnehmen? Brauchen wir auch nicht. Nein, er hat goldene Früchte. Weil wir könnten jetzt, wenn er blaue hätte, dann könnten wir uns eine blaue Waffe ziehen. Aber er hat goldene Früchte. Leider, leider, leider. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Wer bist du? Wer bist du? Nein, das war knapp. Das war echt knapp, muss man wirklich sagen. Let's go, let's go. Wir haben Hit getroffen. Leider war er full. Er war wahrscheinlich full. Ganz leise. Ich bin selber nicht leise. Ja, okay. Wir konzentrieren uns. Und müssen die jetzt killen. Der ist jungfühlig hier. Der kann bauen. Der kann bauen. Okay, hinter uns ist jemand hier. Keine Ahnung. Ähm. Nein, was sehe ich hier? Eine Pump. Eine Pump. Let's go. Natürlich ist das nicht die beste Pump, die wir bekommen könnten. Aber, die macht echt viel Damage, wenn man mit der spielt kann. Wir müssen schnell. Nein, nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Nein. Achso, das ist die gleiche. Komm, jetzt müssen wir schnell von der Zone abhauen. So. Ja. Ich hab Hürraschein. Alles chillig. Wir müssen ganz doll aufpassen. Nicht, dass wir jetzt noch von der Seite weggelasert werden. Ich komm da nicht hoch. Da müssen wir eben das Auto kaputt bauen. Und nein. Wieder nichts. Egal. Wir müssen die... Wir müssen die Kills machen. Na. Wir jetzt... Wir müssen schnell mit dem Auto abhauen. Weil wir können auch an der Zone sterben. Das wäre nicht zu gut für euch. Schnell auf die Straße. Oh nein. Unser Rad ist kaputt. Nichts gut. Nichts gut. Bitte. Nee, er hat da nichts. M-m. Hat er nicht. Schade. Marmelade. Hm. Freundesleben nur noch 13 Gegner. Das sieht jetzt nicht so gut für meine Kills aus, hätte ich gesagt. Komm, wo seid ihr Gegner? Wo seid ihr? Zwölf Gegner. Nein. Sieht nicht gut aus. Wer war das? Da ist ein Gegner. Let's go, war das knapp. Freunde, das war sehr knapp. Und mit sehr knapp meine ich mega knapp. Entspann dich, Bruder. Chill. Fuh, fuh, fuh. Bisschen kritisch mit meinen Kills. Let's go, Bruder. Da ist eine Pump, die ich noch nicht gespielt habe. Die ist, glaube ich, heute reingekommen. Da ist irgendwo ein guter Gegner. Also, beziehungsweise hat gute Hits getroffen. HIE! HÄ, von wo? So, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich mega freuen. Wir haben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Kills wir gemacht haben. Aber okay, war echt eine nicht schlechte Runde. Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.